so hallo und herzlich willkommen bei moddersch wir spielen jetzt weiter mal bei series m heute zu einem ungewöhnlichen tag und zu einer ungewöhnlichen zeit aber ich hoffe ihr schaut trotzdem genügend zu wir wollen jetzt den zweiten generator zum laufen kriegen dann hoffentlich in aliens so derbe in den hintern treten dass er endlich vom planeten verschwinden schließlich unserer wir haben schon keinen platz hier drauf da kommen wir die nicht noch auch noch hier gebrauchen hier hatte ich zum letzt stoppt muss hier in die richtung die vier ist voll gibt jede menge munition das heißt es gibt gleich jede menge gegner okay das muss ich mir merken hier gibt's ich 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 höre sie immer noch da kommen sie auch augen und starb ist nicht aufgebracht und sagt sagt könig sehen aber nicht doch da ich habe hier hinten ja noch ein paar das macht spaß das war natürlich keinen spaß ich gebe auf einen anderen waffe ich mag das nicht da ist der form da ist der wurm drin könntest du sterben bitte danke da jetzt auch ok so davon habe ich aber nicht mehr so viel davon habe ich was mehr das war natürlich nicht zuerst dann das hier noch nicht da Enter jetzt plüode Ui! Mann, die machen ja alles hier kaputt. Uh, stimmt. Ah, das war auch noch leer! Ja! Mist, ich bin gut! Mist, ich bin gut! Ach, Skelette. Hm. Hm. Für mich haben die gerade einen Vogel, oder? Ja! Ja! Das ist weg. Hm. Wenn sie doch so nahe kommen, dann kann ich sie auch mit der Schrot nehmen. Hm. Könnt ihr nicht die Bäume stehen lassen? Hm. 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 Okay. Okay. Do, 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 Do. da habe ich das letzte mal kurz vorm ende vom level pause gemacht geschätzte zeit 60 minuten ist also eine stunde ich bin nur zwei minuten drüber voll 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 da geht es runter zum nächsten okay da ist nummer eins da brauche ich eine schlüsselkarte für das scheint nummer zwei zu sein auch wieder schlüsselkarte da oben steht ich muss erstmal die schlüsselkarte irgendwo suchen heute kommt doch hier rein wer will noch mal wer hat noch nicht oh ja 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 aufhören mit einer schrot auf mich zu schießen ja 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 Das war's. Da ist auch ein Häuschen. Da ist auch die Schlüsselcard. Ich bin jetzt erschrocken. Uff. Steht der auf einmal drinne, ey. Uff. Steht der auf einmal drinne, ey. Steht der auf einmal drinne, ey. Uff. Uff. So, komm hoch, komm hoch, komm hoch. Und einmal. Dürfte rar sein. Will man irgendwo reingehen, dann ist sofort einer da. So, komm ich da hoch. So, komm ich da hoch. So, komm ich da hoch. So, komm. 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 er trifft ja rein ist das denn ist das denn und 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 warum lässt es und 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 eigentlich hätte ich ein Genick brechen können, wäre besser gewesen, aber egal Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Hmm. Da war ich. Dann gehe ich jetzt mal die Seite erkunden. Okay. 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 Man, ist hier ein Wetterchen. Danke, dass ihr mich habt runterfallen lassen. Hm. Nein. In die Wüste gehe ich erstmal. Nö. Okay. 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 So Alumarn. Jetzt kommen die richtlücke. Tja. Es ist die Blüte. So. Mist. Oh. Da taucht die genau über mir auf. Die hat sie doch nicht immer alle. Komm schon. Ja, wir sind auch tot. Das ist gut. Nur eine tote Hexe ist eine gute Hexe. Mist. Hier habe ich... Wer war das? Ach, hier. Mist. Er hat mich eher gefunden. Wie ist das draußen? Hier ist noch ein bisschen was. Ja. Ach, hier war's. Oh. Okay. Oh. Okay. Okay. als ich den einen da oben halt alleine es sieht alles immer richtung hohlerde aus naja erst aussteigen wir der aufzug angehalten war der eine war bläulich der ist jetzt oder was 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 warmes essen und bier was zu futtern und ein bier wäre ich glaube ich auch nicht abgeneigt aber es muss nicht warm sein das essen weil draußen ist es warm dann muss es hier nicht auch noch warm sein die die also wieder ab nach oben und 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 da sind da oben wir müssen die unten lang und 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 wieder einiges zu sprengen oh ja ich darf man den weg freisprengen lass mich erst mal einsammeln dann können wir sprengen habe ich noch eine stelle wo ich sprengen so krieg ich eine ganze kiste auch jetzt weiß ich warum eine ganze kiste ich komme gerade vor wie bei bomber man und es ist mit der qualmen das ist so 1,2,3,4 so 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 ok 2x4 drücken dann habe ich es so 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 Was ist das? Da ist der Ausgang. Glaube ich, hoffe ich, wünsche ich. Ja. Dann lässt man einmal einen leben und wird dann dafür bestraft. Hm. 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 Schon wieder sprengen. Hm. Hm. Was sind die Wege unter dem Ding? Hm. Ich weiß nicht, ob ich da runter soll. Weiß ich noch nicht. Ich überlege es mir noch. Du. Halt. Stopp. Das wollte ich nicht. Äh. Äh. Entweder da runter oder hier runter. So. Dann gehe ich hier. Haha. Sehr witzig. So. 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 Hätte ich mir gedacht. Ist von der Entfernung nicht zu schaffen. So. 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 Jetzt weiß ich, warum ich die Sprengladung habe. schöner thron wenn ich natürlich nicht draufkomme oder oh man so schlecht bin ich doch gar nicht dachte ich doch okay von hier oben hätte ich es sehr leichter gehabt mhm ja 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 Ne neue Waffe, wie nett. Neue Waffe, neues Glück. Mal alle Kügelchen einsammeln. Da oben kommt man wieder nett hin. Es sei denn, ich habe einen Stier da hoch. Oh la la, I love this one. Oh la, I love this one. Oh la, I love this one. Wofür brauche ich so viel C4 schon wieder? Ach jo, hier herrscht ne Bombenstimmung. Okay. 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 Okay, uh... Darum könnte ich jetzt rum Ja, das ist gut Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 komm Schiff hier hin Mist dingen Nein Ich muss mal kurz raus, ich bin hier an der falschen Stelle. Keine Rüstung wieder, ups, hätte ich auf was sterben können, Aua, was war das? Stürz auf den Wurm, mach den Wurm endlich tot. Ah, noch ein bisschen Money eingesammelt. Nü Snufi, hi Spocky, Snufi. Hellfire? I figured these guys were a little rough for ya, so I went ahead and cleared you an LC. This ain't Hellfire, but I do look pretty good in heels. Save the fashion show. Just get me the fuck out of here. Oh. 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 Donut. Hey. Okay. 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 Jesus Christ, Wilson. Ich glaube, ich habe die Hälfte des Univeres gewählt. Ich bin froh, dass du nach Hause bist. Team Charlie ist gerade angefangen. Ich habe nie gesehen, wie diese Scheiße. Ich habe mich lieb, aber jetzt bin ich froh, ich bin froh, dass ich dich zurück in der Basis bin. Er weiß nicht so, wie eine Milch-Runde hier. Was auch du sagen, Mann, das ist nichts, als... Walkers! Ja, Freak'n Walkers! Ja, Freak'n Walkers! Warnie! 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 Hm. Warnie! 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 is down repeat we are down I need extraction HQ Quinn come in banned fucking drastic I guess I won't be talking to them for a while Hm. Hm. Jetzt will ich mit zwei Hämmern. 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 Ich will nicht in die Wüste. Ui! Ich glaube, das Würmchen wollte gerade essen kommen. Genau, den habe ich leer gemacht, den Tempel. Naja... Spring nicht so! Hmm. Genau, schieß deine eigenen Leute um. Das macht immer mehr Spaß. Ich will alle Waffen wieder haben. Wo sind die denn an da? Die Hütte habe ich, die Hütte, die Hütte... Hm. Da ist noch was zu einsam. Ich will noch mal hier reingucken. Hm. Falsch bin ich auf jeden Fall nicht. Ups, da ist die Luft gesch... Was? Einer hat überlebt. Das gibt's nicht. Ich bin bereit. Schick. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh man! Ich komme hier auch von hinten? Ich könnte mal aufhören, da wäre ich jetzt so hinzubeamen. Gehen wir mal durch? Hoch komme ich hier nicht, ok. Hier muss ich. Oh! Oh nö! Schön, dass du mich hier unten reingezogen hast. Oh! 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 Oh oh! Oh! Das war's. Das wird mich echt ärgern. Ja, wo schieße ich hinten? Ja, wo schieße ich. Ja, wo schieße ich. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ist jetzt gut ich habe da oben noch ein hexe ab wenn die so weitermacht hat die mich gleich auch da ohne so Oh. Was für die scheiß Hubschrauber in der Bewegung bleiben. Und der Hexe wegen. Gibt's auch nicht. Okay. Uhuhuhu. Scheiße. Scheiß Hexer, ey, das gibt's nicht. Gebt mir so auf den Piss. Gebt mir so auf den Piss. Gebt mir so auf den Piss. Geht einem echt auf die Nerven. Geht mir so auf den Piss. Oh, oh, oh. Ziemlich nach hinten 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 Autsch Das ist meine letzte Ziemlich nach hinten 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 Nein Ziemlich nach hinten Ziemlich nach hinten Outch Ziemlich nach hinten 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 aus ja auch nicht das sind da und der nächste hebe hebel nummero 3 oh weh kann ich da nicht bisschen oh oh ich bin aber jetzt schlecht gelaunt ich bin aber jetzt 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 Ohohoho, war die sauer. Ach, hier ist ein Schalterchen. Die sind sauer, lass die Tür zu! Scheiße! Hm. Hm. Ja. 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 Deine Manns. Die sind Gerichte. Ja. Hmm. Hmm. Ein fliegender Stein. Nuxart, hallo. What difficult. It's easy. Difficult is easy. Wir hatten... Ah, der hat mir den Weg freigemacht. 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 Oh, das wäre ja auch zu einfach. Ich benutze einfach den Schalter in der Mitte. Ah, der hat mir den Weg freigemacht. Ah, der hat mir den Weg freigemacht. Ah, der hat mir den Weg freigemacht. Oh. Ah, das sieht wieder nicht gut aus. Oder? Ne, doch keine Kugel. Ich dachte schon, den Scherz mit der Kugel bringen sie nochmal. Aber anscheinend nicht. Oof. Oof. Hmm. Find a safe place and hold up. If anyone survives, they'll find you. Shit! Hellfire! Hellfire! Over? Oh, it's not over until I teabag every last one of you alien motherfuckers. Huh? He tries to moon me? I'll shoot his ass off and hang it on my wall. Trophäe-Niveau is overrun. Yay! Ugh. 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 It goes hard to kill anytime. E mettre it. Actually, it should have been angry Ugh. 18. Just under well. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh dear, da Da-dum-da-dum Oh dear, da hab ich wieder Munition für Gut zu wissen Okay, da kommt nicht durch Hmm Aua, die hab ich nicht gesehen Okay Ach man, mir meine Deckung wegzuschießen ist fies Okay 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 Wow Ah Ja, heb mich doch Okay Okay Du zauberst nicht Nee Nee Okay 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 Hab einen Schuss genug gehabt für die Wie Ernsthaft Das ist doch Okay 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 Okay. Okay. Hmm. Hmm. Do 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 do. Hmm. Das ist ein Der 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 Das hat ihn aus den Socken gehauen. 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 Von der anderen Seite des Meeres der Sterne. Darum stieg Osiris in die Sonnenbarke. Das hat ihn aus den Socken gehauen. Oh! Das hat ihn aus den Socken gehauen. Ja doch, hier will ich weiter. Das hat ihn aus den Socken gehauen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Oh, es sind drei Oh, es sind drei Nein Ich kann uns sonst nicht da weggehen Oh Oh, fuck Ja, das kann ich gerade knicken Ich muss erst mal auch wieder zurück Tja, Hexe da hinten Bringst dir nix Oh, es ist drei 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 Drei Stück ist doch schon fies Ja Drei von diesen Hexen ist doch fies Oh, es ist drei Oh, es ist drei Ich glaube wir haben für heute genug Verwüstung angerichtet Und das hier machen wir Ja, beim nächsten Mal Ich hoffe ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei Bis dahin Ich wünsche euch noch einen schönen Abend Nachmittag Wann auch immer ihr das Video auf YouTube dann schaut Vergesst nicht es zu liken Und ein Abo bei mir zu lassen Würde ich mich sehr freuen Ich wünsche euch noch einen schönen Abend Bis zum nächsten Mal Ciao Bis zum nächsten Mal